Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der Kollegin Sabine Poschmann für die SPD-Fraktion. Sabine Poschmann also eröffnet hier die Aussprache für die SPD-Fraktion. Die Koalitionsfraktionen haben zum Meisterbrief in Handwerksberufen einen Antrag vorgelegt und dazu werden wir jetzt Näheres erfahren. Herr Bundespräsident, Bundestagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Gütesiegel Made in Germany ist ein Exportschlager der deutschen Wirtschaft. Es steht für hohe Qualität deutscher Produkte und Dienstleistungen, die weltweit Anerkennung finden. Aber nicht nur das Made in Germany ist zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden. Auch unser Meisterbrief ist ein Wettbewerbsfaktor und gleichzeitig das Fundament des Erfolges. Er bietet jungen Menschen eine Perspektive und vermittelt hohe Qualifikation. Er trägt zur Fachkräftesicherung bei und macht das Handwerk zum Innovationsmotor für die deutsche Wirtschaft. Für viele unserer europäischen Nachbarn gilt deshalb unser duales Ausbildungssystem als Vorzeigemodell. Die EU fordert Deutschland nun auf, die Bedingungen für den Zugang zu bestimmten Berufen zu prüfen, um Beschränkungen auf dem europäischen Binnenmarkt abzubauen. Das heißt, dass auch der Meisterbrief zur Disposition steht. Schauen wir uns vor diesem Hintergrund die Effekte der Handwerksnovelle von 2004 an, bei der ein Teil der Gewerke von der Zulassung befreit wurden. Die Novelle hat zwar zu einem Gründerboom im Handwerk geführt, dies waren aber meist Kleinstbetriebe, oft Soloselbstständige, mit geringer Wettbewerbsfähigkeit und wenig Personal. Mehr als die Hälfte dieser Betriebe war innerhalb von fünf Jahren wieder vom Markt verschwunden. Die Ausbildung im Handwerk findet heute zu 95 Prozent in den Gewerken statt, die meisterpflichtig sind, und nur zu 5 Prozent in den zulassungsfreien Gewerken. Bevor diese Handwerke befreit wurden, bilden sie allerdings ebenfalls erheblich mehr junge Menschen aus. Und das ist die Gefahr. Ohne Meister, ohne fachliche Eignung sind viele Betriebe gar nicht ausbildungsfähig. Und das, meine Damen und Herren, stellt letztlich einen großen Teil unseres Ausbildungssystems infrage. Deshalb fordern wir, mit diesem Antrag an unseren Standards festzuhalten. Wir wollen dafür sorgen, dass notwendige Harmonisierung in einem Europa ohne Grenzen keine Abwärtsspirale bei der beruflichen Qualifizierung in Gang setzt. Wenn es um den Abbau von Zutrittsbarrieren auf dem europäischen Binnenmarkt geht, ist der Meisterbrief für uns kein Verhandlungsgegenstand. Es geht nicht darum, andere Modelle totzureden oder per se zu verwerfen. Doch auch die EU muss anerkennen, dass Deutschland neben der Novelle 2004 bereits einiges getan hat, um Wettbewerbshindernisse abzubauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nun muss es uns gemeinsam darum gehen, diejenigen zu stärken, die sich hohen Standards im Sinne des Verbrauchers verpflichtet fühlen, die Ausbildungsplätze schaffen, ihrer Verantwortung für das Gemeinwohl nachkommen und dazu beitragen, unseren Wohlstand zu erwirtschaften und zu sichern. Dazu gehört weit mehr als der Erhalt des Meisterbriefes als Zulassungsvoraussetzung. Aus diesem Grund haben wir weitere 15 Ziele definiert, die das Handwerk und die duale Ausbildung stärken sollen. Ein Punkt ist der Technologietransfer. Wir müssen die Nutzbarkeit von Produkt- und Prozessinnovationen aus Forschung und Industrie für das Handwerk stärker unterstützen. Denn gerade für das Handwerk sind neue Werkstoffe, neue Medien, neue Dienstleistungen, ein neues Design harte Wettbewerbsfaktoren. In die Kooperation und den Austausch, den wir bisher zwischen Hochschulen und Industrie gestärkt haben, muss das Handwerk einbezogen werden. Dadurch können Kundenerfahrungen und praktische Kenntnisse in Innovationen einfließen und das hohe Qualifikationsniveau im Handwerk erhalten bleiben. Eine wichtige Rolle kommt hierbei der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung zu. Sie sind ein wichtiges Instrument im Handwerk, damit Technologietransfer funktioniert. Deshalb setzen wir uns für eine dauerhafte, hohe Bundesförderung ein. Zum heutigen Tag des Ehrenamtes möchte ich auf eine weitere Forderung unseres Antrages aufmerksam machen. Das Ehrenamt im Interesse der beruflichen Bildung noch stärker zu unterstützen. Die vielen ehrenamtlichen Prüfer gemäß Berufsbildungsgesetz und Handwerksordnung sichern die Qualität der Ausbildung und gewährleisten so einen stetigen Nachschub an Fachkräften. Der DGB geht davon aus, dass 15 Millionen Euro dafür stehen, dass Arbeitnehmervertreter im Handwerk durch ihre Tätigkeit an Nettonutzen für Kammern und Innungen mit ihrer Ehrenamtlichkeit dies erarbeiten. Bei diesem Nutzen sollten wir auch an die Qualifizierung der Ehrenamtlichen denken und ein entsprechendes Förderangebot bereitstellen. Allein im Handwerk wurden im letzten Jahr über 100 000 Gesellen- und Abschlussprüfungen abgenommen. Es ist meist nicht die geringe Aufwandsentschädigung oder die Freistellung, die ihr Engagement bestimmen, sondern es ist die Anerkennung unserer Anerkennung und der eigene Qualifikationserhalt, der sie antreibt, sich ehrenamtlich auf diesem Gebiet zu bestätigen. Den Ehrenamtlichen, aber auch den vielen Ehrenamtlichen von Vollversammlungen und Ausschüssen in den Kammern sage ich am heutigen Tag des Ehrenamtes von dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Die Stärkung der Sozialpartnerschaft und der Tarifbindung ist eine weitere wichtige Forderung in unserem Antrag. Sie sind in Deutschland von großer Bedeutung. Haben sie doch in der Vergangenheit für Konsens gesorgt und sind wesentliche Faktoren für den Erfolg der deutschen Wirtschaft. Angesichts des drohenden Fachkräftemangels ist es besonders wichtig, gemeinsame Anreize für potenzielle Auszubildende und Fachkräfte zu schaffen. Gute Arbeitsbedingungen, gerechte Bezahlung sowie gute Übernahme- und Aufstiegschancen sind notwendig, um Wettbewerb mit anderen Branchen, Fachkräfte langfristig an sich zu binden. Mit dem Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie haben wir einen großen Schritt in diese Richtung geschafft. Doch wir sehen weiterhin Handlungsbedarf für Indungen und Verbände, um Instrumenten der Tarifflucht zu begegnen. Wie zum Beispiel Mitgliedschaften ohne Tarifbindungen sollten grundsätzlich auszuschließen sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Koalitionsantrag ist Teil einer mittelstandsfreundlichen Politik, die wir in dieser Legislaturperiode ganz oben auf die Agenda setzen. Der Antrag ist ein weiterer Eckpfeiler auf unserem Weg, Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und Beschäftigung in der mittelständischen Wirtschaft auf Dauer zu sichern und zu stärken. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass Handwerksbetriebe auch in Zukunft anspruchsvollen Qualitätsstandards gerecht werden und dass das bestehende duale Ausbildungssystem auf hohem Niveau fortgeführt wird. Der Meister, meine Damen und Herren, muss eines unserer Qualitätsmerkmale in Deutschland bleiben. Herzlichen Dank. Sabine Poschmann war das für die SPD-Fraktion. Ja, und der Koalitionsantrag, der hier heute Grundlage für diese Debatte ist, der ist in der Tat zu verstehen als Absage an die EU-Kommission, die seit einigen Monaten in den Mitgliedstaaten alle reglementierten Berufe unter die Lupe nimmt. Deswegen blickt das Handwerk mit Sorge nach Brüssel. Aber Sabine Poschmann hat ganz klar gesagt, der Meisterbrief sei kein Verhandlungsgegenstand. Was sagt die Linke, was sagt Klaus Ernst? Das ist in Ihrem Antrag können wir mittragen, insbesondere die Kritik an der Handwerksnovelle 2004, die jetzt eben auch zum Ausdruck kam. Es freut mich sehr, dass es da wohl einen Meinungsumschwung auch bei den Sozialdemokraten gab. Trotzdem noch mal ein kurzer Rückblick. Worum ging es damals? Ich habe die alten Protokolle mit Freude nachgelesen und habe festgestellt, das war ja nun die Zeit, in der Rot-Grün alles deregulieren wollte und auch vieles davon umgesetzt hat, von der Arbeit bis zu den Finanzmärkten. Auch die Handwerksordnung blieb damals nicht ausgenommen. Es war der damals heute von Ihnen nicht mehr so geliebte Herr Klement, der ja nun in der Partei nicht mehr vorhanden ist. Nach mehreren Ausschlussanträgen ist er ausgeschieden, der 2004 diese Novelle begründet hat. Was war der Zustand bis 2004? Bis 2004 war es üblich, dass man beim Betreiben eines Handwerksbetriebs einen Meisterbrief hatte. Übrigens war die CDU-CSU, die damals mit diesen ganzen Fragen nicht einverstanden war, sondern eine andere Haltung hatte. Ich fand es gut, als ich die Protokolle nachgelesen habe. Mit der Veränderung im Gesetz wurde über die Hälfte der Gewerke die Meisterpflicht als Voraussetzung für das Betreiben eines Handwerksbetriebs abgeschafft. Heute ist für viele Bereiche nicht mal mehr ein Gesellenbrief notwendig. Einige Beispiele und Blüten aus diesem Gesetz. Ein Maler und Lackierer braucht bis heute einen Meisterbrief, ein Fliesenleger nicht. Ebenfalls muss ein Feinwerkmechaniker Meister sein, ein Uhrmacher nicht. Ein Schuhmacher muss kein Meister sein, ein Orthopädie-Schuhmacher schon. Ein Friseur muss Meister sein, ein Feinoptiker nicht. Das gilt natürlich auch für Friseurinnen. Meine Damen und Herren, welchen Umfug haben Sie damals eigentlich beschlossen? Welchen Umfug? Bis heute sind die betroffenen Menschen, die Handwerker über diese Entwicklung stinksauer und zu Recht, weil es absolut unlogisch ist. Meine Damen und Herren, ja, es war nicht alles schlecht. Langjährige Berufserfahrung wurde ausgewertet. Das Inhaberprinzip, dass also unbedingt der Meister auch Inhaber des Betriebs sein musste, wurde abgeschafft. Aber im Kern, meine Damen und Herren, und das trifft jetzt SPD und auch die Grünen, die waren ja damals mit im Boot, im Kern haben Sie mit diesem Gesetz das Handwerk und damit auch die qualifizierte Ausbildung massiv geschwächt. Diesen Vorwurf kann ich Ihnen nicht ersparen. Heute haben die Kunden oft nicht mehr die Gewähr, dass sie, wenn sie einen Handwerker beauftragen, auch zu einem ausgebildeten Fachmann kommen. Wir stimmen ausdrücklich mit Ihrem Antrag überein. Der Erfolg der dualen Ausbildung im Handwerk hängt mit der Meisterqualifikation zusammen. In Ihrem Antrag schreiben Sie auch, lassen Sie mich daraus zitieren, die Zahl der Gesellenprüfungen im nicht mehr meisterpflichtigen Fliesen, Platten und Mosaikhandwerk ging von 1.665 im Jahr 2003 auf 685 im Jahr 2010 zurück. Zitat Ende. Die Zahl der Meisterprüfungen übrigens von 557 auf 84. Selbstverständlich hat das Auswirkungen auf die erbrachte Arbeit. Sie kritisieren in Bezug auf die Handwerksnovelle auch, dass, ich zitiere, Deregulierung nicht zwangsläufig zu einem Wachstumsschub und mehr Beschäftigung führt. Ich wiederhole das, weil es so schön ist. Deregulierung führt nicht zwangsläufig zu einem Wachstumsschub und mehr Beschäftigung. Das gilt allerdings nicht nur für das Handwerk, meine Damen und Herren. Das gilt auch für andere Bereiche. Aber Sie sollten sich den Satz aus Ihrem Antrag wirklich zur Gemüte führen. 2003 forderten Sie noch für die meisterfreie gestellten Gewerke, ich zitiere, zumindest müssen die Gesellenprüfung und die Ausbildungseignungsqualifikation nachgewiesen werden. Sie forderten eine Revisionsklausel. Alle sieben Jahre sollte die geltende Liste der Meisterberufe überprüft werden. Seit 2005 sind Sie jetzt an der Macht von der CDU-CSU. Was ist mit Ihren Forderungen von damals? Ich hätte mich gefreut, wenn Sie das auch in Ihrem Antrag mal wieder geschrieben hätten, dass man tatsächlich guckt, ist das eigentlich richtig mit der Liste, die wir da gemacht haben? Müssen wir das nicht revidieren? Nein, das bleiben Sie in Ihrem Antrag schuldig. Einen entsprechenden Antrag von uns haben Sie abgelehnt. Dabei gibt es bis heute und schon seit 2004 viele offene Fragen, die damals auch hier im Bundestag diskutiert wurden. Einige davon möchte ich Ihnen hier noch mal stellen. Wie viele der nicht mehr meisterpflichtigen Gewerke werden noch von einem freiliegenden Meister geführt? Hat die Freiwilligkeit irgendeine Auswirkung gehabt, die Sie hier beschlossen haben? Wie wirkt sich die Novelle jeweils auf die Ausbildungsleistung aus? Wie wirkt sich die Novelle auf die Qualität der Arbeit aus? Wie wirkt sich die Novelle jeweils auf die Beschäftigung und insbesondere die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aus? All diese Fragen stehen im Raum. Ich hätte mich gefreut, wenn Sie zumindest in Ihrem Antrag ein Stück weit in diese Richtung weiter diskutiert hätten. Und ich sage Ihnen auch, meine Damen und Herren, wer den Meisterbrief verteidigen will, der tut das am besten, wenn er innerhalb der Organisation des Handwerks, nämlich der Handwerkskammern, für demokratische Zustände sorgt. Auch das erhöht die Glaubwürdigkeit gegenüber der Europäischen Union, meine Damen und Herren. Und da haben wir Nachholbedarf, das wissen Sie auch. Das braucht man nur die Presse lesen, dann weiß man, was da auch intern teilweise los ist. In Ihrem Antrag fordern Sie von der Bundesregierung, also eigentlich von sich selbst, das Handwerk vor dem Zugriff der Europäischen Union zu schützen. Richtig, das teilen wir vollkommen. Aber, meine Damen und Herren, Was ist denn nun, wenn die internationalen Handelsabkommen, CETA und TTIP tatsächlich kommen? Können Sie ausschließen, dass die Handwerksordnung für Amerikaner und Kanadier nicht als klassische Marktzugangsschranke gewertet wird im Rahmen dieser Handelsabkommen? Können Sie ausschließen, dass für die verbleibenden 41 Gewerke, die den Meisterbrief und damit eine vernünftige Qualifikation für den Kunden ermöglichen, dass dort nicht auch das Problem besteht, ob das nicht eine Handelsschranke ist? Meine Damen und Herren, das können Sie nicht. Und trotzdem befürworten Sie diese Handelsabkommen. Das ist ein Problem. Müssen Sie mal darüber nachdenken. Meine Damen und Herren, Sie promoten möglichst weitgehend die Liberalisierung und Deregulierung. Und am Ende wundern Sie sich, dass genau diese Liberalisierung und Deregulierung den Meisterbrief und andere Standards gefährdet. So gut gemeint Ihr Antrag sein mag, Ihre Politik geht nach dem Motto Mitmachen, um Schlimmeres zu verhindern. Das haben wir nicht gewollt. Und zum Schluss, wie konnte es dazu kommen? Und deshalb hoffe ich, dass Sie bei der Frage der Handelsabkommen auch noch einmal darüber nachdenken. Meine Damen und Herren, Ihr Antrag geht in die richtige Richtung. Er wäre glaubwürdiger. Und meines Erachtens für das Handwerk auch erfolgreicher, wenn Sie auch versuchen würden, den Unsinn von 2004 zu korrigieren. Sie wollten das damals. Inzwischen sind Sie mit der SPD in der Koalition. Die machen sicher mit. Danke fürs Zuhören. Ja, das war die Kritik von Klaus Ernst. Weniger an dem Antrag, denn mehr an der beschlossenen Handwerksnovelle, die 2004 die damalige rot-grüne Bundesregierung beschlossen hatte und für einen Teil der Gewerke damals den Meisterzwang abgeschlossen hat. Jetzt hier weiter in der Debatte mit Lena Strothmann für die Unionsfraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, verachtet mir die Meister nicht und ehrt mir ihre Kunst. So heißt es in den Meistersingern von Nürnberg. Und dieser Aufruf begleitet das Handwerk nun schon fast 150 Jahre. Und er hat an Bedeutung nicht verloren. Im Gegenteil. Er ist aktueller denn je, würde ich sagen. Denn gerade jetzt fährt die EU-Kommission in Brüssel einen Frontalangriff auf das deutsche Meisterhandwerk. Meine Damen und Herren, der Meisterbrief ist die Erfolgsgeschichte des Handwerks. Und trotzdem muss ich sagen, fehlt mir manchmal so die gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung. Denn der Meisterbrief ist wesentlich mehr als nur ein Zertifikat. Er ist das Markenzeichen des deutschen Handwerks. Er steht für hochwertige Qualifizierung. Er steht für fachliches Können, für ausgezeichnete Produkte und Dienstleistungen. Und er steht vor allen Dingen für Ausbildung und hochqualifizierten Nachwuchs. Aber was macht eigentlich den Meisterbrief so erfolgreich? Meine Damen und Herren, es ist die Qualifizierung an unseren Meisterschulen. Hier erhält der Handwerker das erforderliche Rüstzeug zum erfolgreichen Unternehmertum. Und das sind betriebswirtschaftliche, kaufmännische und rechtliche Kenntnisse. Und eine Studie des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung hat ergeben, 40 Prozent der Betriebe ohne Meister sind nach fünf Jahren insolvent, weil die Inhaber nicht die nötigen Kenntnisse in dem Bereich haben. Und die Meisterbetriebe dagegen sind insolvenzfest. Aber, meine Damen und Herren, zum Erfolg gehört natürlich auch die fachliche Kompetenz, das Können, das Können und Wissen des Meisters. Und das ist die Basis für hohe Qualität der Dienstleistungen und Produkte. Und es garantiert vor allen Dingen hohen Verbraucherschutz. Und mit großem Erfolg. Denn das weltweit anerkannte Made in Germany wird entscheidend auch vom deutschen Handwerk geprägt. Hierzu landen, meine Damen und Herren, Vertrauen, die Verbraucher auf das Können der Meister. Und die Meisterschule sorgt aber nicht nur für die Kompetenz des Meisters. Sie macht ihn vor allen Dingen zum Ausbilder und zur Führungsperson. Ohne Ausbilder kein Nachwuchs und ohne Nachwuchs keine Fachkräfte. Und nur gut ausgebildete Leute können ihr Wissen weitergeben. Und deshalb sind es mit 95 Prozent vor allen Dingen die Meisterbetriebe, die ausbilden. In den 130 Gewerken bilden Handwerksbetriebe rund 400.000 junge Menschen in Deutschland aus. Die Quote liegt bei 8 Prozent. Ich finde, das ist ein Spitzenwert. Und damit ist sie im Vergleich zu Handel und Industrie immerhin doppelt so hoch. Und darauf kann auch das deutsche Handwerk stolz sein. Aber, meine Damen und Herren, auch andere profitieren von unseren gut ausgebildeten Fachkräften. Viele Auszubildende arbeiten nach der Lehre in anderen Wirtschaftsbereichen. Und damit leistet das Handwerk auch einen großen Beitrag zur Fachkräftesicherung der gesamten deutschen Wirtschaft. Und zur geringen Jugendarbeitslosigkeit. Die Quote liegt bei uns bei 7,8 Prozent. Wie ich finde, immer noch zu hoch. Aber es ist die niedrigste in ganz Europa. Und viele andere Mitgliedstaaten beneiden uns um unser Ausbildungssystem. Die EU-Kommission empfiehlt die duale Ausbildung sogar als Best Practice den Ländern mit hoher Jugendarbeitslosigkeit. Aber auf der anderen Seite will sie den Meisterbrief als Voraussetzung für Selbstständigkeit abschaffen. Im Rahmen der Transparenzinitiative werden im Augenblick alle reglementierten Berufszugänge der Mitgliedstaaten überprüft. Im Übrigen hat Deutschland nicht die meisten reglementierten Berufszugänge. Ziel der Kommission ist es der vollendete Binnenmarkt. Durch den Abbau der Reglementierung sollen in Europa mehr Wachstum und Arbeitsplätze entstehen. Meine Damen und Herren, ein gutes Ziel, aber zu kurz gedacht. Eine falsche Harmonisierung um jeden Preis. Und ich sage, keine Meister, kein Nachwuchs. Und wir haben doch in Deutschland nach der Handwerksnovelle 2004 die schmerzhaften Erfahrungen gemacht. Auch damals ging es um mehr Wachstum und Arbeitsplätze. Und was ist passiert? Eine fatale Abwärtsspirale wurde in Gang gesetzt. Nachdem 53 Handwerksberufe zulassungsfrei wurden, gab es zwar viele Existenzgründer, aber leider zum großen Teil nur Ein-Mann-Betriebe. Und sie konnten sich nicht lange am Markt halten, jedenfalls die meisten. Eine Studie des Instituts für Handwerk und Mittelstand belegt, fünf Jahre nach Gründung waren 60 Prozent dieser Betriebe vom Markt wieder verschwunden. Aber vor allen Dingen, meine Damen und Herren, das Schlimmste ist, in diesen Gewerken wird nicht ausgebildet. Im Zeitraum von 2003 bis 2010 gingen die Zahlen der Gesellenprüfungen im Fliesenlegerhandwerk von 1.665 auf 658 zurück. Und die Zahl der Meisterprüfungen sank im gleichen Zeitraum von 557 auf 84. Und nun fehlen an allen Ecken und Enden die jungen Leute. Es fehlt uns der Nachwuchs. Und das darf sich, meine Damen und Herren, in Deutschland nicht wiederholen. Und deshalb gilt nach wie vor, wer den Meisterbrief angreift, legt gleichzeitig die Axt an ein erfolgreiches Ausbildungssystem. Und das muss auch Brüssel begreifen. Der Meisterbrief und die duale Ausbildung gehören zusammen. Aber es ist ein harter Kampf mit der Kommission. Die Kommission sagt zwar, die Überprüfungen sind ergebnisoffen. Aber ich kann das ehrlich gesagt nicht ganz glauben, wenn man einen Prozess über zwei Jahre anlegt. Aber ich bin trotzdem optimistisch. Denn wir haben die guten Argumente. Und wir haben vor allen Dingen gute Leute in den Clustergesprächen vor Ort. Aber ich bin vor allen Dingen dankbar, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir hier in diesem Hohen Hause eine Allianz bei diesem Thema haben. Wir haben im Koalitionsvertrag klare Aussagen getroffen. Auch der Bundesrat hat sich entsprechend positioniert. Und das ist ein starkes Signal an Brüssel. Für mich ist im Übrigen noch die Frage der Subsidiarität zu klären. Und hier sage ich ganz deutlich, der Meisterbrief und berufliche Bildung sind nationale Angelegenheiten. Ich bin überzeugte Europäerin. Aber Europa wird nicht wettbewerbsfähiger, wenn wir in Deutschland unsere erfolgreichen Standards aufgeben. Aber, meine Damen und Herren, zu weit gehört auch, nicht die Kommission alleine Macht der dualen Ausbildung zu schaffen. Wir sägen selber an unseren Grundpfeilern. Aus demografischen Gründen sinken die Schülerzahlen ständig. Und darum sinken natürlich auch automatisch die Auszubildendenzahlen. Aber nicht nur die Demografie ist schuld, dass uns immer mehr Auszubildende fehlen. Denn gleichzeitig steigt die Zahl der Abiturienten und Studierenden rasant an. Im Jahr 2000 sind noch ein Drittel der Schulabgänger an die Unis gegangen. Und zwei Drittel in die berufliche Bildung. Und 2020 wird es genau umgekehrt sein. So sagen es jedenfalls Prognosen. Und wenn wir mal genau überlegen, 2020 ist nicht mehr weithin. Und da frage ich mich, meine Damen und Herren, wo sollen eigentlich unsere Fachkräfte herkommen? Natürlich muss sich die Wirtschaft intensiver um ihren Nachwuchs kümmern. Keine Frage. Schließlich steht ja die Existenz unserer Betriebe auf dem Spiel. Aber nicht nur die Wirtschaft ist gefordert, sondern wir alle. Meine Damen und Herren, wir brauchen ein neues Bildungsverständnis. Auf dem Papier sind Meister und Bachelor gleich. Aber die Wirklichkeit, wenn wir mal ehrlich sind, sieht doch anders aus. Für viele Schulabgänger, Eltern und Lehrer ist die duale Ausbildung nur Zeitewahl. Diesen Trend hat Professor Nida Rümelin so treffend als Akademisierungswahn bezeichnet. Und ich sehe das auch so. Und dieser Trend ist gefährlich für unser Land. Die duale Ausbildung ist der Lebensnerv und Erfolgsgarant für die gesamte mittelständische Wirtschaft. Wenn uns heute die Auszubildenden fehlen, dann fehlen uns morgen auch die Fachkräfte. Und hier steht also nicht nur die Zukunft des Handwerks auf dem Spiel. Es geht um die Zukunft unseres Landes, um Wachstum und Wohlstand. Meine Damen und Herren, und das muss sich ändern. Und ich glaube, hier ist es schon fünf nach zwölf. Sonst werden wir die großen Zukunftsaufgaben, wie die Energiewende beispielsweise oder die Digitalisierung nicht meistern können. Und NAPE können wir dann auch gleich einstampfen. Allein die Gebäudesanierung ist ohne das Handwerk nicht zu machen. Und deshalb fordere ich ganz klar, wir brauchen mehr Meister statt Meister. Und die berufliche Bildung muss stärker gefördert werden. Wir haben viel Geld in den Hochschulpakt und in die Exzellenzinitiative gesteckt. Ich sage, wir brauchen Exzellenz in der beruflichen Bildung. Es muss in die Köpfe der Lehrer und Eltern und Schüler. Ein Studium ist nicht immer der Königsweg. Wir haben 30 Prozent Abbecher an den Universitäten mit steigender Tendenz. Da läuft doch etwas schief, meine Damen und Herren. Und vor allen Dingen schützt er nicht unbedingt vor schlechter Bezahlung. Auch das muss man gesagt haben. Wir haben viele junge Akademiker, die die Hälfte von dem verdienen, was heute ein Elektromeister oder ein Installateurmeister verdient. Leider setzen sich nur noch zu wenige Menschen mit den einzelnen Berufsbildern im Handwerk auseinander, gerade am Gymnasium. Und da muss mehr in der Berufsorientierung getan werden. Hier sind die Länder gefragt. Laut einer Studie der Vodafone-Stiftung fühlt sich nur gut die Hälfte der Schüler ausreichend über seine Möglichkeiten informiert. Und das ist deutlich zu wenig. Meine Damen und Herren, viele wissen gar nicht, was das Handwerk bietet. Mehr als 130 Ausbildungsberufe. Das Handwerk ist innovativ. Das Handwerk ist kreativ. Und das Handwerk ist vor allen Dingen Hightech. Vergessen Sie einfach mal die Bilder von schmutzigen Kfz-Werkstätten und verschmierten Schraubern in Blaumännern. Oder vergessen Sie die Elektriker, die die Kabel im Haus verliehen. Heute müssen Installateure und Elektriker auf Knopfdruck Gebäude automatisieren. Das nennt man Smart Home. Zu unseren Hochqualifizierten, meine Damen und Herren, da bin ich fest überzeugt, gehören nicht nur unsere Akademiker, sondern auch die Techniker und Meister. Und das müssen auch Eltern, Lehrer und Schüler begreifen. Das Handwerk bietet viele individuelle Karrieremöglichkeiten, von der Ausbildung bis zum Studium und der Chance, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Wir haben die Durchlässigkeit im Handwerk, nur viele wissen das noch nicht. Und auch wir hier im Hohen Hause müssen umdenken. Meine Damen und Herren, ich bin fest davon überzeugt, Bildungspolitik ist knallharte Wirtschaftspolitik. Ohne Fachkräfte läuft in Deutschland bald nichts mehr. Und deshalb müssen wir alle Potenziale für die berufliche Bildung nutzen. Wir müssen die Studienabbrecher gewinnen. Ich finde, es ist eine gute Initiative von Ministerin Wanker. Aber außerdem haben wir jedes Jahr 50.000 Jugendliche, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Und auch die müssen wir auffangen. Hier schlummern unentdeckte Talente. Wir sind sicherlich mit der assistierten Ausbildung auf einem richtigen Weg. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss aber noch sagen, die Wirtschaft ist kein Reparaturbetrieb für schulische Defizite. In den Schulen muss mehr getan werden. Rechnen, Schreiben und Lesen kann man wohl von den Schülern verlangen, wenn sie einen Abschluss haben. Meine Damen und Herren, Sie sehen, der Fachkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Deswegen heißt es jetzt gemeinsam anpacken. Gott schütze das ehrbare Handwerk. Lena Struttmann war das für die Unionsfraktion. Ja, der Meisterbrief in Handwerksberufen und die Stärkung der Handwerkerberufe, das steht hier auf der offiziellen Tagesordnung. Allerdings, abgesehen von den hier aufgesetzten Debattenpunkten, geht es natürlich auch hier im Hohen Haus auf den Gängen und in den Gesprächen der Abgeordneten um das Thema Thüringen und die dort anstehende Ministerpräsidentenwahl. Deswegen wollen wir Sie natürlich auch über diese Wahl informieren und werden den Bundestag da deswegen verlassen. Allerdings noch ein Hinweis zu einer Debatte, die am späteren Vormittag hier ansteht. Der Bundestag berät heute ja auch über das neue Afghanistan-Mandat für die Bundeswehr. Bis zu 850 Soldaten sollen ja auch nach dem Ende des Kampfeinsatzes in Afghanistan bleiben. Diese Debatte werden wir Ihnen am Nachmittag bzw. am späteren Vormittag auf jeden Fall nachliefern. Für den Moment darf ich mich aber von hier verabschieden und gebe in unser Studio nach Bonn zu meiner Kollegin Katrin Augustin.